Hackfleisch und Hecht, so heisst das neue Buch, das ich herausgegeben bin und Autor. Nebst den anderen fünf Autorinnen und Autoren. Hinter mir ist Strampa Bürgerin Tallwil und wenn man dann ein wenig runter geht, da unten, dann ist der See und jetzt ist es nicht mehr Sommer, jetzt ist es nämlich schon in Dünkebuch. Was ist eigentlich Unterwasser und ist das nicht ganz ungefährlich? Mehr dazu findest du in diesem Buch. Untertitelung des ZDF, 2020